Nach einer gelungenen Rede, einem Theaterstück, einer Darbietung sind wir es gewohnt, Menschen zu applaudieren, die uns mit ihrer Darbietung erfreut haben. Wir wollen heute denen applaudieren, die sich 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, für Patientinnen und Patienten einsetzen, die Pflege nicht nur in den Bezirkskliniken mit machen. Und hierfür sagen wir vielen Dank. Applaus 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 Applaus